Jetzt artet es aus. Dankeschön, bitte vorlesen. 50 Euro. Neues Tattoo. Neues Tattoo? Für mich? Ich hab noch gar keins. Ich hab nur ein einziges Tattoo. Hier, kein Trinkwasser. Geil, ne? Steife Brise. Geil, ne? Das beste Intim-Tattoo ist, wo du so ein bisschen wegrasierst und da hast du so ein Rasenbär.